ARD Text im Auftrag von Funk Gut, wer ist jetzt das? Was ist das für eine? Also, es freut mich sehr. Achtung, da hat einen eingeflüstert. Birmin Eifteblatt und FabrikTV freut mich sehr. Ich finde sie höregeil was sagen. Mir läuft das aber schon überall runter. Hast du ein Gespausi? Ein was? Ein Gespausi. Ein Gespausi? Was ist das? Das ist einer, der schnudeln kann. Nein, ich nicht. Hallo, Leute, ihr seid wahrscheinlich super Musiker mit dem Namen. Das geht gar nicht. Sagt euch wenigstens Lele oder Lele oder so. Aber Leute, das kann ich mir einfach nicht merken. Das regt mich aber ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es hat übrigens geile Häckschen. Wir haben es wirklich auf Aufresdäungen. Ich finde es einfach ein heisses Häckschen. Bist du Single? Ich bin Single, ja. Also, kennt ihr eventuell nachher den schnellen Busch? Absolut, ja, ja. Wenn Rainer Maria Salzgäber besoffen und jemand in der Tornado-Bar im Brig herumliegt, und das passiert dann, ja, jeden Freitag etwa, dann schwerbt er, er fände euch ein höregeiles Häckschen. Könntest du dir mit seinen Socken etwas vorstellen? Mit ihm nichts, aber es geht nur um die Socken. Nein, auch mit seinen Socken nicht. Kennst du Tattoo? Nein, ich habe keine Tattoos. Du hast keine, aber kannst du mir das gleich mal schnell zeigen? Nein. Was? Bist du ein tiefer Reis? Bist du aus dem Oberwallis, oder was? Kylian Wenger, du musst jetzt nicht tun, als kennst du den Oberwallis. So ist es schwierig, jetzt kannst du gerade abfahren. Das regt mich auf. Und ich möchte dich fragen. Du kennst ja alle... Hör mal die Fressen! Du hast höre Leute, da kannst du ja gar nichts schaffen. Das sind Arschköpfe. Wir wissen es auch, also geht es gar nicht. Gibt es noch ein München zum Abschied? Ein ganz kleines. Mua! Ist ja höre geile Brüte, du bist ja Göttin. Beatrice, danke für... Uh! So geil! Dankeschön! Schönen Abend! Es ist ja höre geile. Dann gehe ich nachher als Kinko machen. Das garantiere ich.